Die Verdrahtung ist mies. Er hat es in einer Werkstatt machen lassen. Okay, alles klar. Dankeschön. Also bei meiner Essscholl, da haben wir es wie hoch ich es in den Wasser reinschütten muss. Das ist krass, das ist nix. Das ist mal weg. Pascal? Pascal? Da drüben der berühmte Wasserturm von Tisnit. Genau. Regen in der Wüste. Haha, in der Wüste. Sofort sieht die Landschaft schöner aus, gell? Ja. Ja. Sofort. Hast du beschlossen? Eigentlich nicht, gell? Ah, danke schön. Hahaha. Ohohohoho. Fickst mich weg. Fickst mich, so. Badgerlich so. Fickst mich. Die Wandraiding. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020